Was tut man, wenn man einen AirPod hat und irgendwann funktioniert der Akku nicht mehr? Essen. Ja, kann man ja noch bedenken los, weil der Akku eh nicht mehr funktioniert. Nein, bitte nicht einfach wegschmeißen. Als Elektronikartikel mit verbauter Batterie bitte ins Altstoffsammelzentrum geben. Ja, ja, natürlich. Genau. Biomüll ist es keiner. Theoretisch könnte man den Akku tauschen, ist nur unnötig aufwendig bzw. unnötig teuer, wenn man das direkt über Apple oder über einen Reparaturservice macht. Ich glaube, da kannst du gleich neue kaufen. Der Hersteller des Fairphone, das haben wir eher schon öfter besprochen, ist das Telefon, also das Smartphone, wo sich so viele Komponenten wie nur denkbar möglich einfach tauschen lassen. Und zwar tauschen im Sinne von aufschrauben, auseinanderklappen, auseinanderstecken, austauschen, zornbauen, weiter nutzen. Und die haben jetzt auch Fairbuds ausgebracht, also das sind ein In-Ear-Kopfhörer mit Wechselakku. Das heißt, man hat eine Ladeschale. In der Ladeschale ist ein Akku verbaut, so wie bei den ganzen Earbuds hier generell sind. Also du kannst ja deine kleinen Kopfhörer da in der Ladeschale laden. Dieser Akku lässt sich problemlos selbst tauschen. Und die Kopfhörer selber, also die Earbuds selber, haben einen Mechanismus, um den verbauten Lithium-Ionen-Akku rauszunehmen und gegen einen neuen auszutauschen. Trotzdem soll gleichzeitig so Wasserfestigkeit und so weiter garantiert werden. Ich schaue mal das gerade auf der Seite von Sein an, da haben es so eine Animation dazu, wie diese Kopfhörer tatsächlich funktionieren, wie du die Sachen tauschen kannst, wo du denkst, es ist teilweise verblüffend, was man so konstruieren kann und wie viel sich Mühe Apple gibt, dass es nicht so ist. Ja, weil das sind halt trotzdem, wo sind sie denn jetzt, Audio, ah, Fair Buds, da haben wir gesagt. Ah. Ja, weil da glaube ich war ja sogar, Fairphone ist ja dafür sogar kritisiert worden, weil die haben ja Fair Buds vorher gehabt, die quasi auch Wegwerfprodukte, wo man kann sein, ja. Ja, also wir haben ja schon die Over-Ear-Kopfhörer schon nochmal vorgestellt, wo man die Sachen aus wiederverwerteten Kunststoffen aufbereitet und gebaut sind und da gehen sie jetzt eben in den nächsten Schritt, sondern Kopfhörer, wo man die Komponenten, die über den Lebensraum abbauen und das ist halt nun mal so. Also, ich habe meine Air Buds nicht mehr, ich habe die einfach weiterverkauft als Air Buds mit schwacher Akku-Kapazität, ich habe trotzdem noch ein gutes Geld dafür gekriegt, das ist überraschend gewesen. Oder auch nicht, weil ich es ja nicht mehr Produkte habe, da reicht es, da reicht es, dass jemand eine Air Buds zum Posten hat, die müssen nicht einmal funktionieren. Das ist ja eher ein bisschen eine Angeber-Hardware auch. Und die Fair Buds, da kann man nicht so etwas austauschen. Ich bin jetzt auch beim Überlegen, also ich warte jetzt einmal die ersten Tests ab, was so die Audioqualität angeht und dann würde ich mir, bin ich mir echt beim Überlegen, mir solche zuzulegen. Weil 149 Euro finde ich jetzt nicht schlimm, du kannst die Komponenten austauschen und wenn sie die Features wirklich bringen mit ANC und so weiter und so fort und die gleichzeitig gut klingen, bin ich voll dabei. Ja, das fahre mal noch runter, du weiter unten hast dann die coole Animation, wie du alles tauschen kannst. Also finde ich super. Für mich persönlich, für mich scheiden die erst einen Grund aus, weil das sind ja diese richtigen In-Ear, die da richtig ins Ohr reinsteckst. Genau, das magst du nicht, gell. Das halte ich nicht aus. Wobei ich auch sagen muss, wo ich sehr, sehr großer Fan davon bin, ist der Over-Ear-Kopfhörer von denen. Also der leichtet mir irgendwie ziemlich ein. Ja. Aber ja, finde ich super. Also das ist, ich finde, das Produkt schaut gut aus nebenbei noch. Das ist jetzt nicht... Es ist style, also vom Ausschauen her schaut es aus wie halt normale irgendwelche Earbuds. Ja. Und sie sind funktional, du kannst da alles aus. Sie sind praktisch und schick. Was will man mehr? Also ich finde, nein vor allem, ich finde jetzt gerade diese neuen Fairbuds, was du jetzt davor da gehabt hast, ist, die schauen auch aus wie normale, ja, wie normale In-Ear-Kopfhörer. Ja, ja, eben, die meine ich. Ja, die schauen aus wie normale In-Ear-Kopfhörer. Und du kannst trotzdem die Komponenten tauschen, die irgendwann über kurz oder lang noch zwei Jahre, vielleicht zwei Jahre Aktiv-Beduss kaputt werden. Ja, ich meine, das ist natürlich so ein Produkt, das ist halt sehr stark davon abhängig, wie oft nütztest du es. Wenn du das natürlich jetzt jeden Tag mehrere Stunden nützt, ja, dann ist das definitiv nach ein paar, wahrscheinlich nach zwei Jahren durchgerockt. Und so war es bei meinen Airpods, ja, also die waren noch zwei Jahre einfach durch, ja. Also da kannst du natürlich überlegen, ob du da nicht sagst, ja, wenn die gut sind, wenn das jetzt noch das Klangerlebnis liefert. Ja, eben, also ich bin gespannt drauf, also ich werde mir das anschauen, also was die Qualität vom Sound angeht und wo es auch die Mikrofonqualität angeht, wobei auf die Mikrofonqualität, da habe ich keine großen Hoffnungen. Da haben bis jetzt alle, die ich einmal getestet habe, ziemlich abgekackt. Die sind einfach scheiße. Also vor allem für so Meetings, Teams-Meetings oder sowas. Das ist ja nicht einmal die Sony, die Sony, die ich habe, die Sony Over-Ear, und die waren schon schweineteier, nicht einmal die haben, das eingebaute Mikrofon klingt scheiße. Also es ist kein Vergleich zu so einem Bömmel, der mir da von außen schwirrt. Ja, das ist, ich meine, das ist halt auch schwer. Ja. Weil wenn man schon ein externes Mikro haben, das ist okay dann wieder. Ich meine, es gibt ja von Anker und von DJI diese externen Ansteckmikrofone, die sind okay, ich meine, die kosten auch noch dementsprechend, die kosten wohl Geld. Aber ja, es ist schwer. Also das wirklich eingebaute Mikro ist mehr Notlösung. Ja, eben, das ist mehr Notlösung für Telefonat oder sowas, aber nicht für Konferenzen, wo man eigentlich vom Sound her gut klingen will. Und ich nutze eigentlich immer, immer das eingebaute Mikrofon vom MacBook. Das ist nämlich, ja, das funktioniert einfach. Das ist die Tonqualität, das ist gut. Das ist okay, ja. Also da will ich sogar sagen, bevor du auf das eingebaute Mikrofon in einen Kopfhörer setztest, ist es sogar teilweise besser, wenn du eine externe Webcam hast. Du nimmst das externe Mikrofon der Webcam. Ja, ich komme auch auf das Webcam-Modell an, aber ja, stimmt schon auch, ja. Ja, ja, das war es mit den Fairbutts.